Hallo und herzlich willkommen. So. Oh, die haben meinen Namen von alleine eingetragen. So schlau. Ich meine, ich hab's noch nicht gespielt, aber naja. So, wir haben hier das Glück, eine neue Kategorie auf meinem Kanal zu sehen. Nämlich, ich hab's mir irgendwann mal gekauft, ist aber noch nie gespielt. Und es ist wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, ob's gut ist. Oder besser gesagt, ich teste, ob's gut ist. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne, aber es wird relativ lang sein müssen. So, was spielen wir denn? Ich hab's immer Standard. Eine brillante Idee. War einmal ein Hild namens Hercules, ja. Geht nur ein bisschen zu schnell. Die Sonne jetzt runtergestellt. Ich glaub, jetzt wird man das nicht mehr so gut, aber... Man kann's ja lesen. Für den, der zu schnell durchgeht, der kann ja drauf drücken. Es gibt auch einen ersten Teil davon, wie der eben so schön am Anfang stand, aber... Ich hab den zweiten, der kritische Bulle, wie's bei mir aufs Team heißt, der kritischen Bau. So, was passiert denn in dieser Höhle? Erlebt, ich soll die Felsen aus dem Weg räumen. Ja, Grafik sieht ganz gut eigentlich aus. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich find die gar nicht so schlecht. Hallo hier. Hol dir jetzt hier den Käse ab. Das soll wahrscheinlich allgemein Nahrung sein. So, wir haben Gold. Der Hercules kann weiterziehen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt spiele. Aber, pfff... Waren das jetzt? Ja, waren drei Stellen. Das sah gerade nur wie zwei aus. Alter, so. Aja. Alle Level von Episode 1 mitgeholfen. Ich doppelspiele einfach, wo ich jetzt mal hier in einem Part schnell Episode 1 drücke. Außer, posten. Außer, ist. Ah, hier ist das so schön dargestellt. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Die in ähnlicher Art und Weise zu... Eine ähnliche Art. Jetzt nutzen wir hier Helfer. Ich hab keine Helfer. Außen, posten. Holzbretter. Ich mach einfach mal alles. Ich hab keine Helfer. Das soll Helfer 1, das soll Helfer 2, das soll Helfer 3 machen. Nun versteh ich das jetzt. Die Holzbretter, dann hier die Nahrung. Was ist das denn so schwer? Das soll Helfer 2 machen. So, Helfer 3 hat noch nichts zu tun. Der kann gleich... Hier nicht mit dem dritten Suchsen. Der kann hier blockierte Straße hier bitte machen. Ich drück einfach mal auf alles drauf. Und ich brauche hier... Hier sieht aus wie Cheddar. So. Da muss ich... Hier nochmal ein bisschen Cheddar. Da muss ich noch ein bisschen Cheddar. Auf diese Dinger muss ich drauf drücken, was auch immer alles bedeutet. Ähm... Cheddar. Für irgendwie ein bisschen Cheddar. Da hätten wir Holz. Straße freiräumen. Wofür brauchen wir eigentlich das ganze Haus? Ach, für die Farmen. Oder Farms? Farmen? Farms? Ist dir auch egal. Kapazität 40. So. Ich will die auch dann ausrufen. Äh... Cheddar. Und hier ist das Cheddar. So. Schauen wir Gold. Level 1 und 2. Episode 1, Level 2. Episode oder so. Sobald ich die Ressourcen habe, so das macht das dann das. Ja. Ach, Hercules macht hier... Ach, Cheddar, Cheddar, Cheddar. Beziehungsweise Nahrung. Ach, das ist ein Werkzeug. Für mich sieht das eher ein Holz aus. So, das ist wieder genug Nahrung, Hercules. So, noch eine Ladung. Hercules ist zufrieden. Oh, Perfekt. Hercules. Und wieder Gold. Ich glaube, wir spielen nicht alles durch, sondern mal bis 1.4 und dann haben wir... Und dann haben wir nicht die ganze Episode 1. Vielleicht spielen wir ja weiter. Denn es ist ja nicht gesagt, dass wir diese Spiele nicht weiter spielen. Deswegen kriege ich die auch doppelt. Und dann kriege ich die auch doppelt. Wir machen. Oder? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hinnen see smoothie... Tarn ist noch relativ klar, was man machen muss. Hier Herkules, wenn du gleich mal Zeit hast. Ist hier eine Werkstatt. Ist dann noch eine blockierte Straße. Ach so, brauchen wir Werkzeug wahrscheinlich. Knochen haben wir schon. Ach so, man sieht den Fortschrittspalten. Das ist, glaube ich, das beste Spiel, das ich aus dieser Kategorie je gespielt habe. Und ich, ehrlich, leider. Da ist hier für 6 Gold, Dublon, Münzen oder was. Ich habe doch 6. Der will Fisch. Äh, was brauchen wir hier noch? 3. Hier ist noch ein Knochen. Wo kriege ich denn den Fisch her? Der wollte doch Fisch, gerade. Fischgräte. Wahrscheinlich ist es ihm egal, ob es ein Fischgrät oder ein Knochen ist. Also, ich würde hier jetzt gerne mit dem Geist drehen, denn der benötigt ja eigentlich 6 Gold, Dublon. Hier ist der Weg zwischen... Ach, oh, nee, Geist. Hier ist noch was. So, dann können wir das hier bauen, dann können wir das hier noch mitnehmen. Das hier registriere ich schon mal, das registriere ich auch mal. Hier. Ach, man sieht immer, wenn es der Held macht. Ja, der wächte Herr Herkules. Ich weiß nicht, was dies Hader macht, aber... Ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Da ist der Cerberus. Okay, hier kommt's jetzt. Da ist nicht der Höhenhund? Keine Helfer verfügbar. Cerberus. Wegversperrt. Wegversperrt. Nee, nee. Oh, nicht. Hallo. Süß. Haben wir abholt. Und hier auch. Dschungleur. Drei verschiedene Charaktere, jo. Ne, eben gut. So. Also, wieder Gold. Ja. Ein Level, würde ich sagen. Erstes Gelb. Gold. Drei Level. Dazu wächst. Ein Level eventuell. Wenn es zu lang dauert, schneide ich. Zwischendrin. Hier Cerberus. fragt Cerberus, ob er Medusa finden kann. Eine alte Freundin. Kann sich zwar am Anfang immer eigentlich die Zeit verschaffen, aber... Wegversperrt. Was ist denn der Weg? Ach, Grube. Und das angefangen hat. Der kann doch da lang. Da fehlen echte Holzbrühen. Ja. Also der Liter. Und so noch eine Nahrung. Ich registriere mal den Gefangenen. schon. Hier. Außen, Posten geht immer. Genau. Genau. Also bitte, die können doch wohl dran. vorbeilaufen ich kriege den Gold her gestorbener Baum hier werkt man stark hier etwas Nahrung ich brauche Gold, wo kriege ich den Gold her Zerberus hier das Zerberus da ist Gold wäre schon was Tolles ich kann jetzt nichts machen, ich kann hier warten ich kann hier vielleicht abbauen um das Gold zu kriegen wenn ich das Gold habe kann ich Pfade bauen ich stehe nur als erstes so Zerberus ich kann hier auch noch upgraden ich kann aber zwei Werkzeuge das braucht man ja Werkzeug eigentlich eher nicht kriegt das eher deswegen würde ich sagen upgrade die kleine Farm Nahrung ne das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen jetzt gibt es hier größeren Käse hier oben gießen erstmal dann dann Weg auf dem Weg die Farm die Farm kann ich in ewig lang ich hab doch dort aufgeklickt oder der Standweg versperrt was hat das denn für vollfosten das ich die die ist schlimm hier ich weiß jetzt nicht was ich hier noch machen kann die Nahrung Werkzeug Nahrung ich kann hier weiter Wege bauen Spur aufnehmen ich kann die Pfade bauen ich kann die Pfade bauen ich will hier aber Gold Liebe der Vollpfosten da kann ich das aber da nicht weil die da bei den beiden klauen ich glaube das wird langsam zuviel noch Gold ist gleich noch mehr am Ende des Weges ist Gold war ja klar hier blockiert die Straße dann kann er das nehmen das das hier wegmachen das hier nehmen Nadi nicht mit mir jetzt fehlen hier 8 Nahrung doch wo ist das denn doch nicht mehr das ist der Weg ergeblich so nach Kulüssen du halb gott hier noch weg der vollständigkeit weiß aber jetzt nicht wo ich die vier das vierte gold hinkriegen herkriegen soll die vierte drei jetzt fertig hätte ich gedacht schlau kommt du kannst weg das gold ich glaube das war es dann jetzt erst mal und tschüss mit es